Liegen Schiffe in Hefen fest, bleiben Flugzeuge am Boden und sind Grenzen geschlossen, verschwinden die Importmöglichkeiten sehr ersamt. Das hat uns die Corona-Krise deutlich gezeigt. Dank unserer Bauerinnen und Bauern war die Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher mit heimischen Grundnahrungsmitteln gesichert. Die teilweise noch hohe Selbstversorgung Österreichs ist allerdings durch die zunehmenden Wetterextremereignisse und die rasante Verbauung massiv gefährdet. Bedenken wir, ohne Böden keine Lebensmittel, ohne Lebensmittel kein Leben. Stoppen wir daher die fahrlässigen Zubetonierungen Österreichs. Denn nur dann haben auch unsere Kinder und Kindeskindern eine Zukunft. Die Initiative der Steirischen Landwirtschaftskammer trägt mit ihrer Kampagne sehr wesentlich zu dieser Bewusstseinsbildung bei. Vielen herzlichen Dank dafür!